Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und ihr seht schon, heute geht es um die Tangem Wallet, eine neue Hardware Wallet, die teilweise positiv, teilweise auch sehr, sehr negativ in Umlauf gekommen ist, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise was die Video Reviews angeht. Und ich habe, oder beziehungsweise Tangem hat sich bei mir gemeldet und mein Aspekt war eigentlich, es war die ganze Zeit immer so, not your keys, not your coins. Tangem wollte die Keys nicht rausgeben, die sind, wie ihr hier so schön seht, das sind diese Karten, auf denen im Endeffekt eure Keys gespeichert sind und die Idee dahinter fand ich von Anfang an eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, man hat dann hier so ein kleines Checkkartenformat, das kommt in so einer kleinen Box, wie ihr hier seht, ich hoffe, man sieht es so einigermaßen gut. So kommt im Endeffekt euer Hardware Wallet rein, ihr habt keinen Stick mehr, ihr habt nur noch diese Karten, die ihr überall verstauen könnt, was ich wirklich eine sehr, sehr gute Idee finde. Also ich finde es nicht negativ, das war auch nicht mein Punkt. Das Problem war einfach von vornherein, du hast deine Seeds, wie gesagt, nur auf diesen Karten. Das war der erste negative Aspekt und zweitens, ohne diese App warst du dann im Endeffekt, wenn die App irgendwann mal nicht mehr existent ist, gibt es im Endeffekt, ja, deine Wallet gefühlt nicht mehr. Das waren so die negativen Aspekte, daran hat aber Tangem jetzt oder ist auf die Wünsche der Community eingegangen, viele natürlich auch, weil durch YouTube sehr, sehr viel, ich will jetzt nicht sagen Shitstorm, aber im Endeffekt viel Reviews kamen, ja, nee, das ist nicht so geil, wir wollen unsere Keys, weil natürlich für jeden im Umlauf ist not your keys, not your coins. Deswegen habe ich jetzt gewartet, bis ich mich da rückgemeldet habe und jetzt seit Anfang Oktober gibt es eben die Möglichkeit, dass man seine Keys wirklich selber hat. Man schreibt die sich auf, das sind zwölf Wörter, man kann leider nicht wählen, zumindest wurde sich in der App angezeigt, dass man hier 24 Wörter möchte, deswegen es gibt nur zwölf Wörter, schreibt euch die dann auch, aber wie gesagt, ich werde euch jetzt gleich durch den Anmeldungsprozess mal durchleiten, mit eben den Karten, wie hinterlegt man das, wichtig ist bei Tangem, wie überall eigentlich heutzutage, ihr braucht ein NFC-fähiges Handy. Das hat mittlerweile, ich sage jetzt mal die letzten Jahre alles, das heißt, dass ihr zum Beispiel mit Apple Pay oder sowas zahlen könnt und sowas, das braucht euer Handy, ansonsten nützt euch das reichlich wenig, außer ihr habt irgendwie einen NFC-Generator, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig und ja, wie das Ganze jetzt funktioniert, wie gesagt, wie ihr dann im Endeffekt diese Karten hinterlegt auf eurem Handy, das habe ich jetzt mal aufgenommen mit euch mit Bildschirmaufnahme. Entschuldigt bitte den Ton, der jetzt darauf folgt, der Ton ist nicht wirklich flüssig geworden, warum auch immer, ich habe es versucht mit dem Mikro das alles zu verbinden, das hat auch grundsätzlich funktioniert in der Testaufnahme und dann bei der endgültigen Aufnahme hat es leider nicht funktioniert. Deswegen entschuldigt jetzt gleich für den Ton und sobald wir zurück sind und es installiert haben, werden wir uns auf jeden Fall den Rest hier nochmal angucken, was das preislich kostet und welche Auswahlmöglichkeiten ihr auf jeden Fall habt. Wir sehen uns gleich wieder und viel Spaß mit der Einrichtung. Also, wir werden jetzt mal die Tangem Wallet zusammen installieren und zwar mache ich hier jetzt gerade eine Bildschirmaufnahme, damit ihr auch seht im Endeffekt, wie es funktioniert. Wir haben die App runtergeladen, ganz normal im App Store, ihr kriegt auch beiliegend in der Verpackung nochmal einen QR-Code, den ihr scannen könnt im Endeffekt, damit ihr auch die richtige Wallet installiert, beziehungsweise die richtige App dafür. Wir fangen an und zwar könnt ihr hier wählen zwischen Karte scannen und Order. Wir haben natürlich jetzt schon die Karten, deswegen klicken wir auf Karte scannen. Jetzt nehme ich eine von den drei Karten, die ich hier habe. Es gibt ja zwei Pakete. Einerseits das Paket mit zwei Karten, einerseits das Paket mit drei Karten. Ich habe jetzt das hier mit drei Karten vorliegen. Wir halten das hinten an unser Handy dran. Dadurch ist die NFC-Verbindung hergestellt und im Endeffekt war das der erste Schritt. So, jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr habt entweder die Möglichkeit eine Wallet erstellen oder Order Options. Wenn ihr auf Order Options klickt, könnt ihr euch die Seed Phrase selber generieren. Das heißt, ihr könnt dann wiederum die Seed Phrases für eine andere Wallet dann wiederum nehmen. Das ist jetzt das Neue, was mich jetzt dazu bewogen hat, hier auch wirklich dieses Update zu geben. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass eben hier einerseits die Möglichkeit besteht, ein Wallet zu importieren oder halt ein eigenes zu erstellen, wo man auch seine Seed Phrases sieht. Und deswegen klicken wir auf Generate Seed Phrases, dann seht ihr jetzt im Endeffekt hier die Seed Phrases, die ich natürlich hier in schwarz gemacht habe, damit ihr es nicht seht. Klickt auf Continue, dann müsst ihr im Endeffekt alle eure Seed Phrases hier nochmal eingeben. So, nachdem wir jetzt überall die Backups gemacht haben, auf allen drei Karten oder je nachdem, wenn ihr eben die Zweier-Version habt, auf zwei Karten, gehen wir auf Finalize the Backup, dann auf Continue. Dann braucht man natürlich auch, um in die App zu kommen, weil die App mit das Wichtigste eben ist, klicken wir auf Continue. Wir brauchen irgendein Passwort, was euch halt ausdenkt im Endeffekt. Das gebe ich jetzt mal ganz kurz ein. Hoffentlich auch zweimal richtig, weil das ist nämlich das Wichtige. So, dann nochmal die Wiederholung. Und fertig sind wir. Wir haben jetzt im Endeffekt die Primary Card, also das ist die Hauptkarte. Gehen wir einfach mal auf Scan the Primary Card. Ihr habt auf den Karten wie immer vorne eine Kennzahl, die meistens mit zwei Buchstaben anfängt, daraufhin eine längere Zahlenreihenfolge und das ist im Endeffekt das Wichtigste. Jetzt warten wir die 15 Sekunden oder die kurze Zeit, ob ihr die erkennt. Hat er gemacht, erledigt, Primary Card, das ist die wichtigste Karte. So, dann müssen wir im Endeffekt die zweite Karte scannen. Das ist die mit eben hier 5451 am Ende. Wir scannen auch diese Karte, halten sie hinten an unser iPhone oder Android. Je nachdem, es muss NFC-fähig sein. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Schauen wir uns an. Dauert wieder einen kurzen Moment. Ich muss aber sagen, mir gefällt diese Handhabe. Jetzt mal ehrliche Meinung. Ich werde es dann nochmal im Feedback am Ende nochmal dazu sagen. Mir gefällt diese Handhabe sehr, sehr gut. Natürlich dann Allow to Use Face ID. Das ist natürlich auch wichtig, wenn ihr das haben wollt. Ich erlaube es jetzt einfach. Da verwenden. Fertig. So. Und schon ist das Wallet erstellt. Zwei Karten sind hinterlegt. Die dritte, wie gesagt, kann man da noch machen. Und das war's. Das ist im Endeffekt der ganze Registrierungsprozess. Dann, wie gesagt, Managed Tokens. Alles, was ihr im Endeffekt wollt. Die Hauptwährungen, XRP, Ledger Main. Das könnt ihr dann im Endeffekt alles hinzufügen. Und ja, das ist die App. Und die werde ich jetzt, wie gesagt, ausgiebig testen. So. Nachdem jetzt die Wallet eingerichtet ist, habe ich das ganze Ding jetzt mal, ich glaube, für fünf, sechs Tage wirklich ausgiebig getestet. Und ich muss sagen, es hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich. Einerseits ist die Funktion mit der Karte wirklich geil für unterwegs. Ihr kennt es von der Bitbox. Ihr kennt es von einem Ledger. Wenn ihr im Endeffekt Transaktionen machen wollt, braucht ihr immer diese Hardware Wallet. Ihr müsst die mitnehmen. Ich sage jetzt einfach mal in Urlaub etc. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel die Tangem-Karte habt, ihr braucht nur eine, um Transaktionen zu verifizieren. Das heißt, die könnt ihr auch gut mit in euren Geldbeutel nehmen. Ihr könnt überall die im Endeffekt auch in Urlaub mitnehmen und Transaktionen bestätigen. Das finde ich einen extremen Vorteil, weil keiner von uns nimmt, wenn er ehrlich ist, die Bitbox mit. Keiner von euch nimmt den Ledger mit etc. Was natürlich auch nicht der Sinn von einer Hardware Wallet ist. Wir haben hier anscheinend nicht diesen Open Source. Das ist so ein bisschen dieser Nachteil. Das Positive, was ich jetzt herausstellen konnte, wie gesagt, ihr könnt bei der Einrichtung, könnt ihr eure Seeds anzeigen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach, weil not your keys, not your coins gilt immer. Das ist natürlich alles. Natürlich gibt es hier Sicherheitsmerkmale auf diesen Karten. Alles schön und gut. Könnt ihr euch auch noch ein bisschen mehr darüber informieren. Meiner Meinung nach ist das Ding für den Anfang einerseits komplett günstig. Das ist das Wichtigste eigentlich auch vor allem, wenn Leute nicht so viele Kryptos haben. Das andere ist, was mir auch aufgefallen ist, es gibt sehr, sehr viele Chains mittlerweile hier auf Tangem. Da sind die echt gut dabei. Man hat Casper hier. Man hat Acero, Morpheus Network und sowas. Alles auch kleinere Kryptowährungen, die relativ schnell eben auf dieser Hardware Wallet möglich sind, drauf zu transferieren. Was mir natürlich auch wichtig ist, wenn du Altcoins hast. Trotzdem, und jetzt kommen wir auch mal so ein bisschen eben zu diesen Negativen. Natürlich, umso mehr Chains, desto mehr ist das Ding natürlich auch angreifbar. So fair muss man natürlich sein. Es geht hier nicht darum, dass ich hier einfach alles mega positiv rede. Ich würde, und das ist jetzt einfach meine ehrliche Meinung, wenn ihr nur Bitcoin habt, würde ich weiterhin bei der Bitbox bleiben. Das ist einfach für mich A und O. Bitbox im Endeffekt, weil einfach nur dort die Bitcoin-Adresse drauf ist und mehr nicht. Deswegen auch nur die Bitcoin-Only-Variante. Ledger. Wenn ihr das Geld nicht braucht, packt es auf den Ledger. Natürlich hat Ledger auch seine Sicherheits-Lags. Und das ist eben so ein Ding, warum ich entweder hier, entweder zwischen Tangem und Ledger hin und her momentan einfach drin bin. Ich finde einfach den Vorteil mit diesen Karten mega geil. Und es ist einfach für Massenadaption, was wir uns im Kryptosektor einfach immer mehr wünschen, ist es absolut wichtig, dass das Ding massentauglich ist. Man kann es überall mit hinnehmen und man braucht immer zwei Karten, um das Ding wirklich hacken zu können. Das heißt, auf eine andere Handy-Wallet etc. drauf zu transferieren. Das sind so die Punkte, die einerseits natürlich positiv sind, andererseits natürlich negativ. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich jetzt die letzten Tage zu der Entscheidung gekommen, ich finde es positiv. Ich kann es meiner Meinung nach mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Vor allem für Leute, die doch öfters mal was wechseln. Ihr kennt es von, ich weiß nicht, ob ihr New Eternal Life die Karte verwendet oder andere Karten. Ihr habt dann USDT zum Beispiel auf der Tangem-Wallet drauf gespeichert. Dann schickt ihr das einfach rüber zu New Eternal Life. Ihr seid im Urlaub, braucht man kurz die Transaktionsbestätigung und fertig. Dann habt ihr das. Du nimmst deinen Ledger, du nimmst deine Bitbox etc. Nimmst du nicht mit denen in Urlaub. Oder einfach, du bist unterwegs, schickst mal einen Kumpel kurz was. Ist ja auch der Sinn von dieser Massenattraktion, dass ihr mal schnell irgendwo was hinschickt etc. Das sind einfach die expliziten Vorteile, die mir in den letzten, ich sage jetzt mal 5, 6 Tagen hier raufgekommen sind. Dass es einfach deutlich einfacher ist, Transaktionen zu bestätigen. Man ist unterwegs. Natürlich dieser Sicherheitsfaktor. Es gibt verschiedene Meinungen. Manche sagen eben durch diese Karte, es gibt immer noch Sicherheits-Lags. Dann gibt es aber wiederum andere, die sagen, nee, es ist so und so verschlüsselt mit den ganzen Verschlüsselungstechnologien. Ganz ehrlich, da fragt ihr den Falschen. Da bin ich nicht eurer Anschluss bebracht. Ich habe das Ding jetzt getestet. Ich muss sagen, für eine Hardware-Wallet finde ich es geil. Also es ist so eine, zwischen Hot-Wallet und Cold-Storage wegen Open-Source ist es halt so eine Mische. So fair muss man im Endeffekt sein. Ich finde es geil. Man kann das Ding auch, das war nämlich so ein kleiner Fehler von mir. Das habt ihr vielleicht gesehen jetzt, wo ich das Ding eingerichtet habe. Ich konnte nur zwei Karten hinterlegen. Das war aber anscheinend ein Fehler von mir, weil ich das ein bisschen zu schnell gemacht habe anscheinend. In dem Video ist es egal. Auf jeden Fall, ihr könnt das Ding auch komplett recovern, könnt die Daten auf den Karten löschen und einfach wieder neu generieren. Und dann kriegt ihr auch wieder neue Keys. Das war mir nämlich auch ganz wichtig. Ich dachte dann, okay, sind wir die gleichen. Nee, sind es aber nicht. Ihr kriegt neue, nachdem die ganze Wallet gelöscht ist. Ist auch alles gut so. Hat auch alles ohne Probleme funktioniert. Ich würde einfach sagen, für alle, die noch gar keine Hardware-Wallet haben, die eine Alternative zum Ledger natürlich suchen. Ist das Ding absolut zu empfehlen. Wenn ihr nur Bitcoin habt, so fair will ich jetzt auch zu diesem Video sein, bleibt bei der Bitbox, lasst alles auf der Bitbox drauf. Für Leute, die sehr, sehr viele Transaktionen machen, auch mal unterwegs sind, empfehle ich Tange. Ich würde trotzdem das Geld niemals alles auf einer Wallet haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Holt euch lieber verschiedene, holt euch mehrere von mir aus, damit ihr Alternativen habt. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, das auch mal dazu zu sagen. Und es ist nicht, oh ja, Tange ist all the best und sowas. Darum geht es in diesem Video einfach nicht. Dafür habe ich das jetzt getestet. Wie gesagt, es hat seine Vor- und Nachteile. Ich finde die App mega geil. Wenn ich euch jetzt nochmal ganz kurz da reingehe, es funktioniert alles. Bob, die Chains und alles, die müssen natürlich alles verifizieren mit der Karte. Aber ich finde die App an sich mega geil. Der Kundensupport mega gut, mega schnell auf jeden Fall, weil ich das auch mal ganz kurz getestet habe, weil ich kurz mal was hatte, was aber nichts mit Transaktionen zu tun hat. Ich wollte es einfach mal testen und einfach mal ein paar Fragen stellen. Ging alles mega gut. Wie gesagt, die App geil. Die Kartenfunktion finde ich auch mega geil. Also bildet euch eure eigene Meinung. Ich kann es euch nur, wie gesagt, Hardware Wallet gehört überall hin. Jeder von euch braucht eine Hardware Wallet. Habt nichts auf den Börsen, nicht zu viel auf den Börsen. Ich kann es einfach nur hunderttausendmal sagen. Es ist einfach so. Und wie gesagt, Tange, ich kann es weiterempfehlen mit gutem Gewissen meiner Meinung nach. Und ich darf auch sogar eine Wallet hier verlosen. Also schreibt einfach unten in die Kommentare rein. Wenn ihr Bock habt, das Ding zu gewinnen, schreibt einfach einen schönen Kommentar unten rein, damit der Algo einerseits ein bisschen gepusht wird und ihr könnt eine Hardware Wallet natürlich gewinnen. Ansonsten, wenn euch, wie gesagt, das Video jetzt überzeugt hat, wenn ihr sagt, okay, möchte ich auch verwenden, gibt es zwei Optionen. Ihr habt einmal dieses 3KZ und dieses 2KZ preislich 13 Dollar Unterschied. Da kommen noch die Shipping Fees dazu. Mit dem Code Kryptomano, so wie es jetzt hier drin steht, kriegt ihr nochmal 10% Rabatt. Also, wenn ihr das machen wollt, Link dazu ist alles unten in der Videobeschreibung drin. Und ansonsten bildet euch eure eigene Meinung. Ich finde es, wie gesagt, 2KZ-System sollte grundsätzlich ausreichend sein. 3KZ ist halt dann für noch mehr Sicherheit, dass ihr im Endeffekt immer mal noch eine Recovery-Karte habt. Im Safe bei euren Eltern, was weiß ich was, wo ihr das im Endeffekt verstauen wollt. Auf jeden Fall solltet ihr die anderen Karten dann nicht daheim rumliegen lassen. Das ist schon mal ganz wichtig. Euch reichen eine Karte für die Transaktion, für unterwegs, für Urlaub, für Kartenaufladungen etc. etc. pp. ist es wirklich unendlich geil. Vom Feeling einfach her, es geht alles schneller. Wie gesagt, Ledger und sowas habt ihr einfach nicht da. Ihr solltet den Ledger auch nicht zu Hause aufbewahren. Das ist auch nicht der Sinn davon. Aber das Tangem ist im Endeffekt für unterwegs ist es sehr, sehr geil. Für mal schnelle Transaktionen dahin, dahin. Ihr seid unterwegs, bestätigt das Ding kurz mit eurem Handy und fertig ist die Transaktion. So einfach sollte Krypto sein. Sicherheit, wie gesagt, das ist das eine. Aber ihr solltet natürlich auch nicht alles auf dieser Wallet drauf haben. Ansonsten würde mich gerne mal eure Meinung dazu interessieren, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Es ist wirklich komplett zwiegespalten. Egal, ihr könnt das Video schauen, ihr könnt das Video schauen. Jeder hat seine eigene Meinung. Ich finde es einerseits genial. Andererseits muss man auch sagen, umso mehr Chains auf so einem Ding drauf sind, desto unsicherer vielleicht. Ihr habt diesen Karten-Zwischen-Spot, der auch immer wieder ein bisschen schlecht geredet wird. Wie gesagt, das Technische und sowas, bin ich der absolute falsche Anschlusspartner. Tangem hat versichert, dass es alles safe ist. Natürlich habt ihr diese App als Schnittstelle. Andererseits, ihr kriegt jetzt eure Keys, was extrem wichtig ist. Aber gut, das ist wie gesagt eure Entscheidung am Ende des Tages. Ich kann euch hier auch nur ein bisschen Ratschlag geben, für was ich es jetzt nutze. Und ich werde es auch weiterhin nutzen. So fair bin ich auch. Es ist nicht so, dass ich jetzt die Dinger hier habe und jetzt nie wieder nutze. Nee, ich werde es trotzdem nutzen. Und aber wie gesagt, only BTC, dann Bitbox. Ansonsten Tangem, Ledger, ihr habt genug Auswahl mittlerweile und vielleicht auch nicht alles auf 1 oder 2 Hardware-Wallets. Vor allem ab größeren Beträgen lohnt sich das einfach auf verschiedene Wallets zu setzen. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen vom Video. Hoffe, ihr konntet euch ein bisschen Einblick geben. Und ansonsten mit dem Code Crypto Manu spart ihr nochmal 10%, wenn ihr Bock darauf habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.